Herzlich Willkommen zurück! Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin euer Sly und wir gehen jetzt zurück zur Bahn. Huh! Oh, da war was. Ich hab gedacht, da wär noch was besonderes, aber das ist da nicht. Geh weg! Flank euch alle weg! Ja, genau da geh ich hin. Damage tank ist das best. Leck mich, ey! Ich hasse die Dinger, wie die Pest! So, einmal kurz heilen. Weil der Sly nämlich so fly ist und sich permanent den Damage rein zieht. Einfach so, weil er drauf steht. Und jetzt wisst ihr, warum ich ein Damage Tank Build habe. Das war hier, hier war die Bank. Ne? Ich bin richtig. Nice, speichern. Uh, Karte aktualisiert. Schauen wir mal. Haben wir der alles gefunden? Oh, das sieht ziemlich danach aus. Lol. Ich den Shortcut einfach Jahre hätte schon vorher haben können. Lol. Okay. Das da oben ist die Station der Königin. Oben links, werde ich nicht weiß grad nicht. Muss mal schauen. Sehr schön, dass du hier noch stehst, Junge. Der Grünweg. Ja, war hier. Station der Königin. Grünweg. Alles dasselbe. Äh, gleiche. Ich glaube, ich bin richtig, ne? Ja, nice. Ja, gut, wie ich immer schieße. Obwohl ich eigentlich die Energie benutzen will für andere Dinge. Ach, so friedlich wie das Ganze hier noch am Anfang war. Ich seh schon, ich hab's drauf. Warte mal! So, und ich glaube, hier war Säure. Ah. Wer sein kann. Ist euch mal aufgefallen, dass überall auf der Karte so Viecher rumlaufen, die aussehen wie ich? Also die sehen halt legit so aus wie ich. Gefühlt. Ha, Säure. Ab sofort könnt ihr mich alle mal mit eurer Säure. Bade drinnen. Guck mal, wie schön es die Säure wegdrückt. Ja, die haben was mit der Lord zu tun. Ah, okay. Sowieso, es gibt so ein paar Fragen, die ich habe. Also wirklich ernsthafte Fragen. So, wie schon gesagt, warum liegen überall Kreaturen rum, die so ähnlich aussehen wie ich? Und B, warum hat gefühlt hier jeder eine Maske? Versteh das nicht. Also es gibt Leute, die tragen eine? Naja, nicht wegen Corona, das glaube ich nicht. So, und ich habe mal... Ich werd mich mal liebevoll hier zur Wand geschossen. Und seht ihr das da? Da bin ich auf die Idee gekommen, dass da was ist. LOL! Und wie ich Recht hatte! Wie ich Recht hatte! Und dann hast du Corona vorgesagt. Ja, es ist aber so. Wir müssen mal drauf achten. Also echt, ein Großteil der Leute haben Masken hier. Es gibt ja auch den Maskenmacher, den haben wir ja auch gefunden. Ich meine, warum ist der da? Das verstehe ich immer noch nicht ganz. Was zum Fick ist das für ein... Oh! Okay. Ob das jetzt ein Hammer Shortcut ist, weiß ich nicht. Also... Ich weiß jetzt nicht, was der Shortcut bringen soll, aber ja. Pass auf, jetzt komme ich nachher hier unten raus. Was? Was? Da kam gerade eine Schnecke und hat mir hier was hingerotzt. Was? Form von Un? Offenbart im Träger die Gestalt von Un. Beim Fokussieren von Seelen nimmt der Träger eine andere Gestalt an und kann sich frei bewegen, um Gegner auszuweiten. Okay, also beim Heilen kann ich mich bewegen. Ja, danke, Schnecke. Gibt es hier noch ein anderes Secret? Hollow Knight ist Hammer. Ohne Scheiß. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich hätte nie gedacht, dass es so großartig ist. Ah, darum. Darum ist das hier. Weil ich sonst nicht hochgekommen wäre. Okay, ich glaube, das war die Exkursion dahin. Immerhin hatte ich mit dem Secret recht. Nice, das freut mich immer, wenn ich recht habe. Also, wenn die Spürnase wieder richtig lag. Das ist jetzt leider traurig, dass du für PC und Switch beides durchgespielt hast. Ja, nice. Also, als erstes setzen wir das Ding mal ein, denn... Trist zwei, ne? Robuster Panzer. Ach so, ich sollte mich jetzt setzen. Okay, die Karte aktualisiert. Ist schon mal nice. Okay, machen wir dann hier unten gleich noch den Gang? Ne, wir haben gesagt... Wir wollen hier. Da haben wir auch ein bisschen Progress, weil ich kam ja hier nicht weiter. Dann kommen wir hier vielleicht auch endlich mal zur Maske hin. Das ist vielleicht gar nicht so nice. Und dann kann ich immer noch mich hier um die hier, die beiden Wege kümmern. Denn hier ist ja Kornhofer und hier komme ich nicht weiter. Und dann lautet die heutige Aufgabe, sich mal hier um die Station zu kümmern. Wäre schon nice. So, er legt noch den schnellsten Weg dahin. Den Durchgang, ich glaube ja, ne? Statt der Tränen. Also, ich muss dazu sagen, Hollow Knight hat noch vier Gratis-DLCs. Wir sind bei dem hier schon mit dabei. Das ist der Grund, warum wir einfach so viele Folgen haben. Weil fucking fünf Millionen DLCs ich noch gleichzeitig... Ah, jetzt habe ich die komische Undingenierungs probiert. Äh, weil ich die hier gleich mitspiele. Ne, darum wundert mich, dass das Spiel halt so lange dauert, weil... Fuck die Wand drin, ne? Der passt noch von meinen Subi-Pass-O-Fan. Ich habe bisher kaum DLC gesehen. Okay, ich bin jetzt nicht sicher, ob mich das jetzt ein bisschen beruhigen soll oder nicht. Äh, wo wollten wir hin? Statt der Tränen. Ist das die Wegkreuzung? Ich glaube, ja. Alter, willst du jetzt sagen, ist jetzt über 100 Stunden schon standtechnisch am Hollow Knight ohne in DSC gesehen zu haben? Ja, okay. Auch noch falsch. Nice. So muss das Lagerräume der Stadt sein. Abend, Joker. Okay, wir haben das Säure-Ding gefunden. Immer, was jetzt... Ich bin jetzt richtig, oder? Ja, ich glaube, äh... Ja, okay. Und hier müsste ich jetzt ja technisch... Erstmal schnell schweigern. Ne, hier will ich durch. So, ich glaube, hier muss ich lang. Hä? Verstehe ich nicht? Ich habe gedacht, hier wäre ein Durchgang. Warum ist denn da kein Durchgang? Das ist ja kacke. Okay, dann müssen wir halt hoch. Hi, Fins! Alles fit? Du bist da, wo du hin wolltest und doch falsch, was? Ich muss jetzt nach rechts. Ach, fuck. Durch das Alter-Gebiet. Yay! Du, du, deine Geburtstaskatzen weiter streichen. Ist okay. Nice. Tu it. Jetzt bin ich richtig. Hm, ich stehe auf diese Viecher so richtig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Meine zweitliebsten Viecher. Was noch mehr pain in the air sind diese Dinger, die dreifach rotzen. Ich habe mich unten schon gesehen, irgendwo in der Region. Die waren nicht so geil. Pass mal nur. Okay. Nice. Oh. Ich kann sagen, wieso kriege ich Damage? Ich weiß warum. Wegen dem Dinger. Ja. Amgaru. Suizidal steht drauf. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Nice. Immer schon, hör mit dem Geld. Danke, danke, danke. 15 mehr. Danke. Okay. Ich lerne das auch nie, ne? Ich will immer hier runter. Immer. Da will ich hin. So. Und hier war auf der linken Seite ein klitzekleiner Durchgang. Wir werden natürlich... Erstmal save einen abspeichern. Wenn ich mich nicht täusche, war ich hier speicher. Ja, hier war ich speicher. Geo. Hier ist der kaputte Dude. Der mir die fragilen Dinger macht. Mir geht gut. Ich freue mich tatsächlich gerade drauf, was wir hier alles noch in Hollow Knight entdecken. Hier. Ah. Endlich kann ich da durch, Leute. Wissen Sie, wie lange ich mich danach gesehnt habe? Endlich mal hier durch zu können. Damit wir endlich mal den Weg hier freischalten. Oh Gott, geht das gut. Und wir kriegen die Story auch ein bisschen nach vorne. Ja, leck mich fett. Genau das, was ich brauche. Jump Party! Hm. Hmm. Hmm. Oh. Oh. Ich will mir überlegen, ob ich den Part hier einfach noch als Überlänge draufziehe. Das war jetzt aber nicht so schwer, dass ihr hier wohl drin sein müsst. Ist hier noch ein Secret? Glaub nicht. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und da sehen wir, wo uns der Weg noch führt. Macht's gut, euer Sly. Ciao.